Ein unglaublicher Ort, verdammt. Nicht nur, dass hier gerade dieses Festival ist und deswegen die Leute ohnehin gerade durchdrehen. Moment. Jede Menge Spiele-Läden, Arcades und jede Menge Kleinkram. Moment. Moment. Verrückt. Seidwurfe. Taxis in Japan haben wunderbare, spitzenbezogene Sitzschoner, uralte Karossen, wunderbar oldschool. Herrlich. Warum gibt es das bei uns nicht? Warum sind die bei uns komisch halb betrunken und riechen nach Tabak? Oder zumindest wenn ich mit ihnen fahre. Unglaublicher Ort das hier. Nicht bloß, dass jetzt gerade dieses Festival ist und die Leute eh gerade ein bisschen durchdrehen. Hier hast du Billig-Klamotten, direkt daneben wird irgendwas seltsames frittiert. Dann wieder daneben kann man lebende Fische kaufen und dann gibt es wieder hässliche Schuhe und Friseur und Spezialitätenlokal. Dazwischen wieder ein Irish Pub und dann gibt es wieder Plastikschrott und Früchte am Spieß. Es ist unglaublich und überall davon eingeschrien, wie es in Japan Tradition ist. Wer was zu verkaufen hat, der brüllt aus Leibeskräften. Es ist ein fantastisches Wegefeuer. Ich liebe es. Ich liebe es. J해야 das andere personen. WATCH WORCKS